Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN-Cuts oder Xbox Live, um mich zu unterstützen. Korrekte Sache, danke dafür und viel Spaß mit dem Video. Was gehört meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Pack Opening und heute zu Sergio Aguero. Sergio Aguero, Man of the Match. Oh mein Gott, I don't know if you rate it. Es gibt 100k Sets, es gibt 100k Sets und ich denke mir mal, gleich um 19 Uhr werden auch noch Bundesliga Upgrades kommen, ich hoffe es. Und Pierre-Emerick Aubameyang ist vielleicht dabei, obwohl er die letzten Monate, Wochen nicht so gut war. Aber heute hat er ja zwei teure Ziel, Bayern einfach 8-0 gewonnen. Läuft auf jeden Fall. Nein, ich wollte Packs öffnen zu Sergio Aguero. Ich meine, wir haben ja pro Account 200k Packs und wir haben drei Accounts, das heißt 600k Packs sind heute am Start und natürlich werden wir auch 45k Sets öffnen. Das heißt, wir haben heute wieder eine richtig gute Quote, einfach einen guten Spieler zu zählen, beziehungsweise wir pushen die Quote einfach hoch, damit einfach irgendwas kommt und wir uns freuen können oder auch wieder ausrasten, wenn wir nicht ziehen. Keine Ahnung, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da für mehr solcher Videos. Wenn ihr Pack Openings bei mir feiert, wenn wir mehr raushauen sollen, schreibt es einfach rein, ich werde es tun. Guckt euch einfach mal hier diese Werte an. Wenn Aguero am Start wäre, ich würde komplett durchdrehen, aber das ist natürlich die Creme de la Creme, wenn er kommen sollte. Aber ja, wir schauen einfach mal. Ich würde sagen, jetzt geht es los. Gürzige Quote, es ist Hanker, es ist auf der Beschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und jetzt geht es los, die Packs, gib mir einfach, oder die Baller, gib mir einfach ein Argentinier. Wir können die Packs schon sehen und ich habe mich dafür entschieden, wir werden, wir werden alle 20, 45k Packs jetzt aufmachen und dann in 36 Minuten die 600k Packs ziehen zu den wahrscheinlich neuen Upgrades. Ich hoffe, die Bundesliga-Upgrades kommen raus. Ich weiß es nicht, aber ich habe so ein gutes Gefühl. Ansonsten machen wir sie natürlich trotzdem auf. Jetzt erst mal mit Pack Nummer 1 hier starten. Und come on, 45k Sets. Gibt uns doch einfach eine gute Karte und es wird, und es wird Adan. Es wird jetzt auch mal wieder Zeit für die Vergangenheit. Und ich kann euch versprechen, es kommt wieder nächste Woche. Aber jetzt wollen wir erst mal hier gute Packs ziehen, wie ein Walkout vielleicht, oder nirgendwo. Ja gut, bisher, ich kann einfach noch keine Packs zeigen, weil die einfach nur scheiße waren. Die waren einfach nur scheiße bisher. Und jetzt wird es blau und es wird ein Man of the Match und es wird, linksverteidiger Spanien, Escudero, Man of the Match. Alles klar, das kam ein bisschen unerwartet. Das kam ein bisschen sehr unerwartet. Klar, Aguero wäre ein Walkout, aber ich muss sagen, der hat über gute Werte und der kostet vielleicht sogar noch ein bisschen was. 13.000 Coins. Escudero. Escudero, Man of the Match. Der erste gute Spieler, der nichts wert ist. Ja, immerhin, immerhin wird es schon farbig. Und das ist natürlich die Hauptsache. Und jetzt gleich wieder einer. Komm schon, ZOM, Spanien. Und schon wieder ein schlechter Puzzuelo. Zwei Man of the Matches hintereinander. Aber leider nicht, das ist leider nicht die Realness. Das sind nicht die realen Man of the Matches. Ich will Aguero. Wo ist unser Sergio? Oh, Anthony. Wo ist unser Sergio? Oh mein Gott, der war letzte Woche in Form. Aber Anthony Martial, Digga. Martial geht für 17.000 noch. Ist absolut krass. Und dann haben wir hier diesen Typen. Der natürlich wieder, ja, nichts wert ist. Man weiß es. Man kennt es nicht anders. Aber ein heftiges Pack. Und das direkt danach. Ich habe richtig gute Hoffnung, gleich diese 100k Packs zu öffnen. Mal schauen, Digga. Wir haben nämlich auch noch 15 Stück. Wir haben noch 15 Stück. Und das wird 87 plus. Linkes Mitte fällt. Dimitri Payet. Ich dachte gerade so, Moment mal. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt sein könnte. Dimitri. Er wird gehasst von allem. Aber er ist im Pack. Und ich glaube, er ist auch nicht so viel wert. Doch, 6.000 sogar. Madrid. Vielleicht ist da noch was Gutes. Gué, Digga. Gué. Und Warcourt. Hallo, Alter. Was ist das für ein heftiger Typ, Digga. Der kostet 4... Na gut, 2.000, 3.000, 3.000, 4.000, ja. Junge, was hat der für Stats, Mann? Gönnt euch das, Alter. Willst du, was das lächerlichste überhaupt ist? Dass er einfach fucking Ranieri entlassen wurde, ja? Das regt mich richtig auf. Und das regt mich auch auf. Den kriegst du schon 84 plus. Und dann wird es Patricio. Es wird leider nur Patricio. Nein, komm. Beschweren wir uns mal nicht. Wir haben schon gute. Und Lapulda, La... Wie heißt er? La Padula. Und Brozovic auch Upgrades. 5 Stück. Sind das die goldenen 5,45 K-Packs. Noch keinen Workout gezogen. Und es wird wieder 84 plus. Und es wird diesmal Christian Eriksen. 85 Upgrades. Stimmt ja. Stimmt ja. Richtig durch der Typ. Ja, ich hab kurz damit gerechnet. Der Typ wurde ja geupgradet. Christian Eriksen, Alter. Christian Eriksen Upgrades. Kostet A 7.000. 7.000, das ist ordentlich. Letztes 45 K-Pack. Bitte nochmal was Gutes. Wenigstens ein bisschen was Gutes. In Verteidigung. Es wird Benazia von Juve. Ja. Ich glaube, wir sollten auf die 100 K-Packs warten. Ich will Miki Mücke ziehen. Oder auch einen Harry Kane. Einen Harry. Vielleicht ziehen wir den, ja. Ich hab keine Ahnung. Wir warten. Denn, ja. Die Bundesliga Upgrades kommen vielleicht auch noch raus. Deswegen. 100 K-Packs. Da muss was. Da muss was kommen. Freunde, seid ihr bereit für die Bundesliga Upgrades? Ich bin es auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich passiert. Pierre-Emerick Aubameyang hat einen fucking Upgrade. Einen fucking Upgrade. Hat ein Upgrade bekommen. Und das ist richtig gut. Denn wir werden ihn jetzt hoffentlich ziehen in diesem verfickten Packs, Alter. Also, ich hoffe es. Wir haben momentan zwei Man of the Matches. Einmal Dimitri Payet und Christian Eriksen. Ist okay. Ist okay. Aber ich will jetzt Aubameyang. Dann ist die Welt natürlich wieder, ja, weiß wie Schnee. Ihr wisst, was ich meine. Und Jerome Boateng hat auch einen Downgrade bekommen. Also richtig crazy. Nur noch 89. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr die Upgrades verdient findet oder nicht. Und hier sind schon wieder 20, 45 K-Packs draußen. Das ist so, das ist so Abzocke. Das ist so Abzocke. Aber das Problem ist, ich werde davon auch noch fünf Stück öffnen, Digga. Ich werde davon jetzt noch fünf Stück öffnen. Aber dann ist auch gut, weil ihr seht ja, es wird ein Zonzi Upgrade. Es wird ein Zonzi Upgrade. Aber ihr wisst ja, eigentlich kommt da nie was Gutes bei rum. Vielleicht ziehen wir noch Usman Dembélé oder so. Leider nicht. Aber Asamoah, was wir hier ziehen. Oh, ey, wir haben einen Jungs. Guido Burgstaller. Läuft. Ja, müssen wir eigentlich schon direkt draufstellen. Kostet sogar 1.800. Givunz, Bulli-Spieler. Oh, 84 plus. Torwart. Joe Fart. Es ist mal wieder Joe Hart. Es ist mal wieder Joe Hart. Aber er ist eigentlich ein guter Torwart. Und schon wieder er. Ist das der neue Stefano? Nein, Spaß. Schon wieder Guido Burgstaller. Und Radetzky, der hat auch ein Upgrade. Auf 81, denke ich, glaube ich. Und Rose auch noch. Der ist richtig nice. Und jetzt, Freunde des Beweg-Den-Fußball-Sports, kommen wir. Zu den 600k-Packs. Auf drei verschiedenen Accounts werden wir jetzt die 100k-Sets öffnen. Und ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, dass wir was wenigstens ein Walkout ziehen. Und das muss nicht der Beste sein. Aber es muss ein Walkout sein. Oder es muss ein Mkhitaryan sein. Aber das wäre ja ein Walkout. Und jetzt bin ich zurückgegangen. Ja, äh, nochmal. So, Spannung pur. 3, 2, 1. Nehmen wir das erste 100k-Pack mit. Und bitte, come on, Jungs, Walkouts. Kein Walkouts. Bruh. Boa, Valero. Und der... Junge. Das ist so... Es schmerzt im Herzen. Oh, oh. Timo Werner. Und Willi Orwan Upgrade. Und Stark haben wir auch noch. Ja. Das nenne ich mal 100k-Sets. Oder Lars Stindl. Das Ding ist, oder Lars Stindl. Könnten wir auch einfach ziehen. Es... Es ist egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt hier eine verfickte geile Karte, Mann. Komm einfach. Komm einfach hier, ey. Yes, Walkout. Okay. Komm schon, please. Ein Inform oder so. Und das wird ein Männ auf dem Männ. Und das wird Miki. Bitte. Es wird Männ. Der Typ ist so krass. Der Typ ist so gelogen, so krass. Auf der 10 mit 86 Tempo. 91 Dribbling. 86 Schuss und 90 Karten. Verfickte 83 Füßes. Den kann ich sogar selber eigentlich spielen. 1,1. Moment mal. Wie viel wert? Halbe Million. Der ist mindestens halbe Mille. Der ist mindestens eine halbe Million wert. Digger. Hendrik. Miki. Ach du. Schau. 600. Oh. Digger. Irgendwie zieht 600.000. Miki Tarja. Mälo für Mensch. Ey, was me... Soll ich den behalten? Ich... Oh, das ist Krise. Was würdet ihr tun? Mit Hendrik Miki Tarja. B-b-b-b. Hendrik Miki Tarja. Es ist zwar nicht Aguero. Aber es ist Hendrik Miki Tarja. Das Ding ist... Das ist eigentlich so der zweitbeste. Okay. Die Baller. Die Baller. Aber... Miki Mücke. Miki Mücke. Miki Mücke. Es ist Miki Mücke. Und er kostet einfach Miki Mücke 600 Mücken. 600.000 für Miki Tarja. Ja. Dann haben wir noch Balde Diau. Ousmane Dembélé. Was für Stats. 92 Tempo. Guckt euch mal. Oh mein Gott. Oh mein verfickte Scheiße. Oh meine Fresse. Junge. Der 92 Tempo. Das habe ich jetzt erst realisiert. Und kostet 20.000 direkt. Den müssen wir auf jeden Fall rausstellen. Weil ich habe ja sowieso den One-to-Watch-Brive-Write. Auch geupgradet. Keine Ahnung. Man juckt mich nicht. Was für ein Pack. Henrik Miki Tarja. Pack luck is real. Real. Pack FIFA Ray. Real. Real. Spaß. Okay. Miki Tarja. Oh yeah. Oh ja. Digga. Okay. Komm mit dahinter. Erstmal Transferlist. Aber ob wir den verkaufen. Das ist euch überlassen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch ein Video jetzt zu Miki. Ich habe keine Ahnung. Digga. Er wird von den Dortmundern wahrscheinlich gehasst. Aber der Typ bringt mir Coins. Jungs. Der Typ bringt mir Coins. Und jetzt müssen wir noch weiter öffnen. Jungs. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ich gebe zwar ungelungen viel aus. Aber dass Henrik Miki Tarja jetzt kommt. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wie das wieder passieren kann. Und jetzt öffnen wir noch 200 K-Packs. Und sollten wir ehrlich noch gut sein. Dann überlege ich mir nochmal zwei zu öffnen. Aber ich will jetzt hier auch nicht so viel riskieren. Denn wir haben Miki Tarja schon gezogen. Was willst du denn noch mehr? So komm. Erste 100 K-Sets. Öffnen wir einfach. Kein Workouts. Egal. Es wird ein Man of the Match. Natürlich wird es. Es wird. Natürlich. Wer ist das? Piaka. Keine Ahnung. Piaka von Juve. Ich wusste nicht mal, dass es den. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Aber das ist Pacquia oder Pajaka. Und Rooney. Und Rooney. Okay. Okay. Wie viel ist er wert? Oh. 20.000. Komm man. Auf jeden Fall mitnehmen. Und Wayne Rooney. Und Lilana Upgrade. Und haben wir noch irgendwen, der hier von der Bulli ist? So. Kommen wir jetzt zum letzten Pack. Das ist die Frage. Ich sag. Wenn jetzt hier ein Walkout kommt. Dann öffnen wir nochmal was. Aber wenn nicht. Dann lasse ich es lieber sein. Denn man darf das Glück nicht überstrapazieren. So. Komm einfach. Gib mir Walkouts. Gib mir Walkouts. Es wird kein Walkouts. Natürlich. Aber wer wird es? Es wird Innenverteidiger England. Smalling. Chris Smalling. Ja. 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 Also. Ist mir so scheißegal. Ist mir ehrlich gesagt so scheißegal. Digga. Wir haben einfach nur eine Gitarre. Oh. Merte. Hallo. Der grinst mich an. Digga. Also. Der muss in den Verein. Der muss in den Verein. Und ansonsten. Boomer. Naja. Ja gut. Donnarumma Upgrades. Und ansonsten. Chris Smalling. Das. War. Das Back Opening. Zu. Den Man of the Matches. Zu den Bulli Upgrades. Wir haben Usman auch einfach gezogen. Der auch nochmal. Fucking 25.000 wert ist. Und dann einfach Henry Migitarian. Da komme ich sowieso. Immer noch nicht drauf klar. Den. Werde ich vielleicht. Ich werde ihn auf jeden Fall testen. Also. Der wird nicht. In der Hölle schmoren. Der wird bei mir. Erstmal ins Team kommen. Und dann vielleicht verkauft werden. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin durch. Und das war es. Was für ein Pack Opening. Am Wochenende. Gönnt euch einfach. Macht's gut. Haut rein. Und. Verfickte Scheiße. Bis zum nächsten Mal.